Was euch erwartet... Als ob... Aha, ich dachte schon, ich muss bis ganz da rüber springen. Danke für die eigene Karte. Kann ich es mal hin? Natürlich schaffen wir das! Ähm, 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 was müssen wir denn machen? Oh shit! Ich muss es riskieren, ich springe! Ich muss springen! Scheißegal, ich springe jetzt! Oh shit! Oh shit! Bababa, bababa, ein neues Spiel auf meinem Kanal! Und ist kein Horror Game! Ein herzlich willkommen mein Lieben Freunde und Willkommen zum.. Jetzt wollte ich gerade sagen, nächsten Part, ja, willkommen zu Pray for the Gods. Jawohl, warum dieses Spiel? Ich habe das auf Steam entdeckt und ich habe gesehen, das ist heute released, genau, und das ist so ein bisschen sowas ähnliches wie Shadow of Colossus, wenn ihr euch noch an das Spiel erinnern könnt. Kampf gegen riesige Titanen, Überleben in der Wildnis und wirklich, wirklich krasse Fights. Das Spiel soll ungefähr so ein bisschen das gleiche Spielprinzip haben, ist ein Open-World-Game, hat auch so ein bisschen Survival-Aspekte drin, wird auch noch für Xbox und Playstation rauskommen, das aber alles ein bisschen später, nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Jetzt zu diesem Zeitpunkt müsst ihr erstmal auf YouTube sitzen und mir zugucken. Dankeschön. Ja, ich möchte einfach nicht zu lange rumreden, wie sonst immer, ich möchte nur gucken, ob noch alles richtig eingestellt ist, die Sprache ist auf Deutsch, ob es synchronisiert ist, weiß ich jetzt nicht, ob da überhaupt eine Synchro drin ist, Englisch, Deutsch, Japanisch, Vietnamesisch, habe ich keine Ahnung, aber Leute, ich glaube, das Spiel, das ist was Schönes, wir testen das gemeinsam mal an und gucken uns, wie das aussieht. Ihr wisst, was ich meine. Und vergesst auf jeden Fall nicht, mir eine gute Bewertung dazu lassen, wenn euch das Spiel gefällt und wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele. Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare rein. Jo, ich will, dass du weiterspielst. Es macht mir Spaß, dir zuzugucken. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie sowas. Ähm, genau. Fangen wir an, oder? Jo, das kann nur wunderbar werden, ich weiß es. Schwierigkeiten, oh, Schwierigkeitsgrad, wir spielen mal auf normal, ne? Ich will hier nicht die ganze Zeit sterben. So, spielen, starten. So, spielen, wir 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 Amen. 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 Okay, aufgehört haben wir uns. Wir können das Inventar öffnen. Und das ist unsere nette Protagonistin, die wir hier spielen. Ah, okay. Okay, wir wollen die gerne ausrüsten. Ausrüsten? Nö, wollen wir nicht. Können wir nicht. Karte haben wir auch noch. Okay. Alles easy. Alles easy going. Ah, wenn man sprintet, verliert man mehr Energie. Das ist gut. Ich nehme an, dass wir uns jetzt erstmal von Lagerfeuer zu Lagerfeuer schlagen müssen. Doch, wir müssen tatsächlich sprinten. Damit wir hier nicht erfrieren. Ah, das ist unsere Ausdauer. Okay. Klettern. Nice. Erstmal kurz aufhören. Ah, sind wir. Ich bin echt gespannt, wie die Welt hier gestaltet ist. Weil ich mag ja so verschneite Umgebungen. Das gibt einem immer so ein schön warmes Gefühl, wenn man zu Hause sitzt. Nimmt mir das nicht zu übel, wenn ich hier bei dem Spiel nicht allzu viel rede. Ich möchte nur ungern die Atmosphäre kaputt machen. Wir haben was gefunden. Lass mal schauen. Was haben wir denn gefunden? Den Rucksack oder was? Ne, den Rucksack haben wir ja hinten auf dem Rücken. Was heißt das? Weiß ich noch nicht. Wir werden es herausfinden. Attackieren. Let's go. Komm, drück, 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 drück. Das schaffst du. Komm. Ah, man kann gedrückt halten. Das muss einem auch immer erzählt werden. Was hatten die da rechts? Das sieht aus wie eine... Das ist keine Waffe, oder? Das könnte aber auch eine Waffe sein, doch. Als ob. Aha, ich dachte schon, ich muss bis ganz da rüberspringen. Geil. Was haben wir hier? Ausrüsten. Ah, das ist die... Doch, wir haben... Das ist... Hä? Ist das das, was wir vorhin gefunden haben? Ist das eine Waffe gewesen? Tatsache. Ausrüsten. Habe ich das jetzt? Ich glaube schon, oder? Ne. Ich habe es vom Boden gelegt. Nochmal. Greifhaken. Mit drei. Ah, man kann das... Ah, aha. Ah, man kann auch ein Mausrad drehen. Easy. Ne, das ist auch gut. Läuft. Oder fliegt, eher gesagt. Ah, da kann man seine Karte so ein bisschen freischalten, glaube ich. Oder erweitern. Oder? Ist das das? Doch. Ich nehme an, dass das so ein Checkpoint ist für die eigene Grafikkarte, wollte ich schon gerade sagen. Für die eigene Karte. Komme ich so weit? Natürlich schaffen wir das. Jetzt wollte ich auch nicht die Kleppe halten, aber ich drehe schon wieder viel zu viel. Ah, haben wir was zu essen gefunden. Halt, was war das? Nichts. Da kommen wir nicht hoch. Ne. Ich mag es ja, wie so Spuren im Schnee hinterlassen werden. Sag mal her, was haben wir denn da überhaupt gefunden? Ah, wir haben sowieso Hunger. Ein paar Frame-Einbrüche gehören dazu. Das Game ist ein Early Access. Boah. Jetzt bin ich fast runtergefallen. Loslassen mit F. Ob die sich was gebrochen hätte? Ja, ich denke schon. Nee, da hochklettern wollen wir nicht. Sind wir hier richtig? Ja. Attackieren. Ah. Jo, ist klar. Als ob. Ähm, 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 ähm. Was müssen wir denn machen? Oh, shit. Fuck. Ich muss da hochklettern vielleicht, oder? Warte, greifhaken. Greifhaken, greifhaken, greifhaken. Nee. Ich bin weg. Ich bin weg. Scheiße. Was? Ein Fies. Los, 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 los. Lauf jetzt. Was war das denn? Ähm, 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 ähm. Wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Müssen wir den nur betöten? Ne, wir müssen einfach weiter vielleicht, oder? Go, go, go! Oh nee, wir erfrieren. Wir müssen uns aufwärmen erstmal. Was haben wir da? Als ob. Müssen wir da hoch? Ich glaube, wir müssen da hoch. Der kann irgendwie so Eis spucken. Komm schon, wärme dich auf. Mach, 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 mach. Du stehst doch schon fast im Feuer drin. Oh, scheiße. Los. Go, go, go. Oh man. Wow. Scheiße. Los, 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 los. Komm schon, da rüber, da rüber. Go, go, go. Nein, 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 nein. Komm. Nein. Wir erfrieren. Okay. Das ist nicht gut. Wir müssen uns aufwärmen. Wir müssen uns erstmal aufwärmen. Verdammt. Weg hier. Wir müssen bestimmt da hoch. Komm schon, jetzt nochmal voll aufladen. Los. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Nein. Nein. Oh. Shit. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Komm schon. Komm schon. Nein. Oh, das geht's doch nicht. Jetzt müssen wir einfach auf alles gehen. Scheiß drauf, dass wir erfrieren. Los. Los, 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 los. Nein. Verdammt. Verdammt. Hoch. Ich weiß. Los, hoch. Was? Nein. Komm, spuck nochmal. Mach. Jetzt. Komm schon. Komm schon. Wow. Komm schon. Hoch. Geh doch. Hoch. Hoch. Wow. Danach müssen wir wahrscheinlich auf den drauf springen. Los. 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 Jetzt darf ich nicht fallen. Los. What the fuck? Fuck. 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 Haben wir es geschafft? Was? Was? Oder ich muss glaube ich auf den drauf springen oder irgend sowas. Verdammt. Muss ich? Ich muss das nochmal machen, oder? Was muss ich machen? Der hatte auf dem Kopf auch so ein Zeichen. Oh. What the fuck? Warte, 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 warte. Komm schon. Am Rücken. Ich muss glaube ich... Der ist gefesselt. Komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Hä? Das ist... Das ist... Nein. Uh. Komm schon. Mann. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh, wir erfrieren. Scheiße. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Wir müssen nochmal da runter. Kann mir einer sagen, was ich machen muss? Habe ich irgendwas im Inventar? Einmal lasse ich ihn noch spucken. So. Nein, nein. Oh, ich wollte mich eigentlich festhalten. Go, go, go. Go, go. Das ist es ja nicht. Hoch. Muss ich vielleicht höher? Nee. Doch, man kann sich daran festhalten. Ich muss springen. Ich muss es riskieren. Ich springe. Ich muss springen. Scheißegal, ich springe jetzt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hey, wir warten. Vielen Dank.